Gerade eben wieder haben die Mitglieder der Bundesregierung den Opfern des psychisch kranken Mörders aus Hanau gedacht. Genau genommen neun der zehn Opfer haben sie gedacht, dem zehnten nicht, denn das zehnte Opfer ist weiß und deutsch und kein Migrant. Das schreibt Dunja Hayali, die Neue vom Heute-Journal auf Twitter, ganz ausdrücklich. Was für eine Schande ist das? Den vielen Opfern, die Opfer der falschen Migrationspolitik geworden sind, die Opfer von Menschen geworden sind, die wegen politischer Fehlentscheidungen überhaupt in dieses Land gekommen sind oder längst hätten ausgewiesen werden müssen, diesen Opfern wird nicht gedacht. Say their names. Maria aus Freiburg, Mia aus Kandel, Leo aus Frankfurt, Thomas aus Dresden, Stefanie, Christiane und Johanna aus Würzburg, Sascha und Jonas aus Augersheim, Etche aus Ila Kirchberg, Sabine aus Ebenbüren und Ann-Marie und Danny aus Brockstedt. Say their names. Und nennt die Namen derer, die für ihre Todesfälle verantwortlich sind, Merkel und ihr Kabinett. Und nun Herr Scholz und Frau Faeser.